Gina aus Eichenau in Bayern sucht ihre Schwester und ihren Bruder. Als Kind wurde die 24-Jährige in ihrer Heimat Bulgarien unter dramatischen Umständen von den Geschwistern getrennt. Ich möchte versuchen, ihr zu helfen und habe sie deshalb zu einem Gespräch nach Köln eingeladen. Hallo Gina, herzlich willkommen. Hallo. Danke. Und, wie geht's dir? Gut. Ja? Bist du nervös? Ja. Gina, du suchst ja nach deinen Geschwistern. Kannst du mir beschreiben, warum dir das so wichtig ist? Diese Vertraute vermisse ich einfach. Ich möchte auch selber für mich wissen, woher ich überhaupt komme, wer ich bin. Ich hatte niemanden, der mich unterstützt oder mir hilft oder ich weiß auch nicht, was es bedeutet, eine Familie überhaupt zu haben. Gina kommt 1995 in Bulgarien zur Welt und lebt in einfachen Verhältnissen zusammen mit ihren Eltern und ihrer drei Jahre jüngeren Schwester Elena. Die beiden Geschwister sind unzertrennlich, doch Gina sind keinerlei Bilder aus ihrer Kindheit geblieben. Kannst du mir beschreiben, was deine Schwester für ein Mädchen war? Sie hat sehr viel gelacht. Ihr wahrscheinlich zusammen habt viel gelacht. Ja, aber sie war eher die Fröhliche, weißt du, irgendwie von uns beiden. Ich vermisse es einfach, mit ihr zusammen zu sein. 2002 freuen sich die Geschwister auf die Geburt eines kleinen Bruders. Doch dann schlägt das Schicksal grausam zu. Die geliebte Mutter stirbt völlig unerwartet durch Komplikationen bei der Geburt. Die Trauer der Schwestern ist unermesslich. Denkst du oft darüber noch? Jeden Tag endlich. So was kann man nicht vergessen. Du kannst es nicht abstellen. Als wäre der Tod der Mutter nicht schon schlimm genug, verlässt der Vater von heute auf morgen die Familie und lässt die Kinder alleine bei der Großmutter zurück. Doch auch dort kommen die Geschwister nicht zur Ruhe. Dann war es so, dass irgendwann mein Onkel zu uns gekommen ist, zu meiner Oma und gemeint hat, er bräuchte zwei Kinder zum Betteln. Und eigentlich haben sie sich das so gedacht, dass meine kleine Schwester mitgeht und mein Cousin. Ich wollte das nicht, weil sie ja viel zu klein dafür auch ist. Dann meinte er, ja okay, aber dann musst du mit. Ich habe zu meiner Schwester gesagt, dass ich zurückkomme. Habe sie ja versprochen und sie hat sehr gemeint. Und dann war ich mit denen in Bulgarien, in Varno, auf der Straße. Musste dort dann betteln für die Familie. Nach einiger Zeit wird Gina von der Polizei beim Betteln aufgegriffen und in einem Kinderheim untergebracht. Warum sie nicht zu ihren Geschwistern zurückkehren darf, bleibt bis heute ungeklärt. Ein Jahr später wird Gina dann nach Deutschland adoptiert. Doch auch hier setzt sich ihre Leidensgeschichte fort. Sie landet erneut in einem Kinderheim und vermisst ihre Familie, Tag für Tag. Denkst du, du suchst auch ein bisschen für deine Mama, auch deine Geschwistern? Ja. Bevor meine Mutter gestorben ist, als sie gemeint, ich soll auf meine Schwester aufpassen, habe ich ja nicht gemacht. Das hast du gemacht. Du fühlst dich schuldig? Ich denke nicht, dass ein Kind irgendeine Art von Schuld auf sich laden kann. Du konntest gar nichts dafür. Gina meistert ihr Leben trotz der Schwierigkeiten in der neuen Heimat. Aber quälende Schuldgefühle, die Sehnsucht nach ihren Geschwistern und die ständige Ungewissheit verfolgen sie bis heute. Was würdest du dir für deine Zukunft wünschen? Dass ich höre, dass meine Geschwister glücklich sind, dass denen nichts passiert ist. Dass es ihr nicht so schlecht jetzt geht, wie es mir damals ging. Würdest du sagen, es ist mit einer der wichtigsten Wünsche in deinem Leben? Ja. Tina, da ich ja schon viele Informationen von dir hatte und wusste, wie sehr du nach deinen Geschwistern suchst, bist du heute hier, weil wir bereits nach deinen Geschwistern gesucht haben. Wirklich? Nee. Doch. Und zu dieser Suche möchte ich dir jetzt gern was zeigen. Wirklich jetzt? Mhm. Guck mal da. Einige Wochen vorher. Ich habe mich auf den Weg nach Bulgarien gemacht. Nach Varna am Schwarzen Meer. Die kleine Gina wurde von ihren Geschwistern getrennt und genau hier von ihrem Onkel zum Betteln gezwungen. Und hier wurde sie auch von der Polizei aufgegriffen und in ein Kinderheim überführt. Für meine Suche habe ich denkbar wenig Informationen. Und das Heim, in das Gina damals gebracht wurde, existiert auch nicht mehr. Hier in Varna werde ich jetzt mit meiner Suche vor Ort beginnen. Denn genau hier, irgendwo auf dieser Strandpromenade, wurde im Jahr 2002 die damals siebenjährige Gina von der Polizei beim Betteln erwischt und festgenommen. Da ich leider nicht den kleinsten Hinweis auf irgendeinen Familienangehörigen habe, versuche ich bei der Polizei vorzusprechen und Akteneinsicht zu bekommen. Gina war damals ja noch ein relativ kleines Kind, deswegen müsste eigentlich ihre Familie kontaktiert worden sein. Und vielleicht gibt's dazu noch irgendeine Notiz. Doch vorher muss ich mich mit meiner Dolmetscherin treffen. Ich freue mich sehr, denn Boris Lava hat mich schon einmal sehr tatkräftig bei einer Suche unterstützt. Ah, ich sehe sie schon, da kommt sie. Boris Lava. Hallo. Hi. Geht's dir gut? Gut. Freue mich auf die Zusammenarbeit. Ja, mich ist mich auch. Sag mal, die Polizei, wo ist die jetzt von hier aus? Also, es ist gleich schon die Ecke. Dann lass uns los. Nur fünf Minuten später erreichen wir die Polizeistation. Leider sind Kameras hier nicht erlaubt. Dafür erhalten wir tatkräftige Unterstützung. Man sucht Informationen zu dem Vorfall, bei dem Gina 2002 aufgegriffen wurde. Doch das dauert über zwei Stunden. Also, die Beamten haben wirklich alles gegeben, um uns zu helfen. Und nach sehr intensiver Suche ist es auch geglückt. Ich habe hier die alte Adresse von Ginas Oma aus dem Jahr 2002. Eine Adresse hier in Warner. Das ist zwar schon einige Jahre her, aber es ist klar, was wir jetzt tun. Wir fahren da sofort hin. Die alte Adresse von Ginas Familie befindet sich am Stadtrand von Warner. Doch ob Ginas Oma, die ebenfalls Gina heißt, immer noch hier lebt, ist mehr als ungewiss. Nach knapp 30 Minuten erreichen wir die Straße und suchen das Haus Nummer 7. Hier, da ist die Sieben. Da, wo das Kätzchen sitzt. Na, du? Oh. Borislava, was bedeutet das? Eine Todesanzeige? Genau. Also, ich glaube, das ist ein Eber. Und die beiden sind so vor ca. einem Jahr verstorben. Die hier gelebt haben, ne? Ja. Das ist Vassil Kustadin Vpupov und Vdanka Nikola Vpupova. Okay. Auf jeden Fall nicht Gina Nikola. Nee. Eine Klingel gibt es hier nicht, ne? Hallo? Nee. Ich glaube, das haben sie hier zugemacht. Hier ist niemand mehr. Okay. Aber schon mal, hier in der Nachbarschaft, das sieht dann noch recht bewohnt aus. Dann lassen Sie es da mal versuchen, ob irgendjemand was weiß. So. Guck mal da. Da suchen wir mal unser Glück. Wo ist denn die Wohnungstür? Ist das hier unten? Ist das nicht da alles? Okay. Hier vielleicht? Ich glaube auch, dass das schwierig ist. Okay, ich versuch's oben. Ich wäre gerne Aufzug gefahren wegen meiner kaputten Knie, aber... Treppe. Das ist aber auch echt schwierig hier. Ist das auch so... Oh, da ist es... Hallo? Oh, wird gleich abgeschlossen. Ich komme aus Deutschland und suche jemanden. Ich komme aus Deutschland und suche jemanden. Sagt Ihnen der Name Gina Nikolova etwas? Wer hat euch ins Haus gelassen? Was soll das? Warum filmt ihr hier? Ich versuche einfach... Okay. Das war wohl nichts. Das war das Licht. Ich sollte die Klingel benutzen. Ich komme aus Deutschland und bin auf der Suche nach jemanden. Sagt Ihnen der Name Gina Nikolova irgendwas? Die muss hier im Nebenhaus gelebt haben. Ich kannte sie nicht gut. Sie ist vor langer Zeit weggezogen. Ja? Aber der Name war Gina Nikolova. Eine ältere Frau. Den Namen kenne ich. Sie ist schon vor Ewigkeiten weggezogen von hier. Es ist so, dass ich auf der Suche nach ihr bin, weil die Enkeltochter sie sucht, beziehungsweise die sucht ihre Geschwister. Wissen Sie, ob es da noch Kinder gab, Enkelkinder? Soweit ich mich erinnern kann, gab es zwei Kinder. Ein Mädchen und einen Jungen. Können Sie sich an Namen erinnern? Das Mädchen hieß Elena. An den Namen des Jungen kann ich mich nicht erinnern. Elena. Sehr gut. Volltreffer. Tatsächlich bin ich auf der richtigen Spur. Die Nachbarin kannte Ginas Oma aber leider nur flüchtig. Und auch an die Geschwister hat sie nur vage Erinnerung. Wissen Sie denn, was aus den beiden, aus Elena und dem Bruder geworden ist? Mir würde das sehr weiterhelfen. Irgendwelche Anhaltspunkte. Soweit ich weiß, wurde der Junge ins Ausland adoptiert. Können Sie vielleicht noch sich irgendwie erinnern, wohin ins Ausland ist da mein Name gefallen? Ob nach Deutschland oder in die USA? Das weiß ich nicht. Können Sie sich noch ansonsten irgendwas erinnern? Ich habe vor einiger Zeit gehört, dass Elena am Goldstrand arbeiten soll. Ah, das ist dieser bekannte Strand, ne? Ja. Katja, so heißt die freundliche Nachbarin, hat in einem Gespräch mit einer Anwohnerin beiläufig erfahren, dass Elena, Ginas jüngere Schwester, vor einiger Zeit am Goldstrand gearbeitet haben soll. Dort wurde sie zumindest gesehen. Alles klar, Sie haben mir sehr weitergeholfen. Die letzte Tür war jetzt meine Rettung sozusagen. Merci Katja, alles Gute. Wiedersehen. Also es gibt zwei neue Informationen, mit denen wir weitermachen können. Ginas Schwester Elena soll am Goldstrand gearbeitet haben. Dieser Spur gehe ich als nächstes nach. Und wie ich an mehr Informationen über Ihren Bruder, dessen Namen ich leider immer noch nicht kenne, und dessen Auslandsadoption komme, muss ich mir ehrlich gesagt noch überlegen. Morgen geht's weiter. Am nächsten Tag. Vor Ort versuche ich an Informationen über die Adoption von Ginas Bruder zu kommen. Im Netz finde ich einen Bericht mit der Adoptionsstatistik aus dem Jahr 2002. Damals wurden 326 bulgarische Kinder ins Ausland adoptiert. Allerdings über die ganze Welt verteilt. Schnell wird mir klar, dass ich allein nicht weiterkommen werde. Deshalb rufe ich mein Team in Deutschland an und bitte um Unterstützung. 326 Kinder. Genau. Ja, da schicke ich euch die Übersicht. Das verteilt sich wirklich von Amerika über Italien. Alles ist da dabei. Ja, ich denke, das Sinnvollste ist, mit den Adoptionsstellen vor Ort Kontakt aufzunehmen. Für eine so zeitintensive Recherche brauche ich so viel Hilfe wie möglich. Deshalb wird mein ganzes Team aktiv nach Ginas Bruder suchen. Also es wird tatsächlich eine umfangreiche Recherche, herauszufinden, ob Ginas Bruder tatsächlich ins Ausland adoptiert wurde. Und wenn ja, wohin? Ich bin froh, dass ich so ein großes und vor allem internationales Team um mich habe, das jetzt sofort beginnen wird, mit den verschiedenen Adoptionsstellen in den Ländern Kontakt aufzunehmen. Und somit habe ich hier in Bulgarien den Rücken frei für meine Suche. Mein nächstes Ziel liegt ungefähr 20 Kilometer vom Stadtzentrum Warners entfernt, der Goldstram. Der sogenannte bulgarische Ballermann erstreckt sich über 3,5 Kilometer und hier befindet sich die größte Partymeile Bulgariens. Unzählige Bars, Restaurants und Souvenirshops säumen die Promenade. Ja, es ist natürlich immer noch Sommer und dementsprechend ist sehr viel los noch beziehungsweise auch noch alle Geschäfte sind offen, was mir eigentlich weiterhilft. Wir werden uns jetzt durchfragen. Doch erst mal komme ich gar nicht dazu. Der Goldstrand scheint ein sehr beliebtes Urlaubsziel für Deutsche zu sein. Alles Gute, danke, danke, tschüss. Hallo, hallo. Sehr gut, muss leider arbeiten. Muss los, tschüss. Suchen Sie jemanden? Ich suche jemanden, genau. Ich bin's nicht. Nein, Sie sind's nicht. Hier irgendwo könnte Elena arbeiten. Hallo. Entschuldigung, ich bin auf der Suche nach einer vermissten Person. Sagt Ihnen der Name Elena Jordanova was? Eine junge Frau. Sie soll hier irgendwo vielleicht arbeiten. Nee, also... Den Namen kenne ich nicht. Okay, darf ich Ihnen trotzdem meine Karte da lassen? Wenn ich was höre, melde ich mich bei Ihnen. Alles klar, danke. Tschüss. Ciao, ciao. Ihr könnt da fragen, aber ich habe Angst. Wenn er sich erschreckt, dann tätowiert dann Fehler auf den Arm. Hallo. Ich bin auf der Suche nach nach einer vermissten Person. Der Name ist Elena Jordanova. Sagt dir das was? Die muss um die 20 sein und hier vielleicht irgendwo arbeiten. Nein. Okay. Kann ich dir meine Visitenkarte da lassen, falls du irgendwas hörst? Okay, kein Problem. Okay, merci. Wird's gut? Gut? Ja. Sehr gut. Was wird das? Ein Löwen. Ein Löwe? Very good. Bye-bye. Hallo. Rechen Sie Deutsch? Ah, bisschen. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der vermisst wird. Bisschen? Vermisst. Die Schwester sucht sie. Ah, Schwester sucht sie. Elena Jordanova ist der Name. Sie sucht eine Elena Jordanova. Oh, wo ist die? Nee. Glücklicherweise sprechen hier viele Geschäftsleute Deutsch. Das erleichtert meine Arbeit sehr. Der Name ist Elena Jordanova. Ja, ich habe verstanden, aber ich kann Deutsch. Super. Aber ich kenne die nicht. Die Frau heisst Elena Jordanova. Das ist eine junge Frau um die 20. Die wird von der... Habe ich leider nicht. Wenn ihr mal ein Foto dabei habt, dann kann ich schon direkt sagen, dass sie hier ist. Ja. Der Name sagt dir nichts? Nein, eigentlich nicht. Wie alt soll die sein? Um die 20. Und hier vielleicht irgendwo arbeiten. Nicht, das ist lieb. Aber danke schön. Okay, alles Gute. Bis, danke. Doch die Suche ist alles andere als einfach. Hier kann mir keiner weiterhelfen. Elena Jordanova kennt offenbar niemand. Ich hinterlasse Visitenkarten in der Hoffnung, dass vielleicht doch irgendjemand etwas weiss und sich bei mir zurückmeldet. Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Merci. Ciao. Dann plötzlich bekomme ich eine Nachricht. Ah, hier, meine Kollegin Mariana hat mir gerade geschrieben. Es gibt Neuigkeiten. Die schreibt mir hier, ich habe einen Treffer zu einem bulgarischen Jungen, der am 13. Februar 2002 in Varna geboren wurde und nach Irland adoptiert worden ist. Er heißt jetzt David O'Brien und wurde von Neil und Alice O'Brien adoptiert. Die Familie lebt auf Dersey Island. Ich würde gerne vor Ort der Spur nachgehen. Ist das okay? Ja klar ist das okay. Da muss sie auf jeden Fall hin. Das hört sich wirklich nach wichtigen Neuigkeiten an. Und wir suchen in der Zeit hier weiter nach Elena. Und so wird es gemacht. Knapp 4000 Kilometer westlich beginnt Mariana aus meinem Team ihre Suche in Irland. Im äußersten Südwesten befindet sich die Insel Dörsi. Dort soll der aus Bulgarien adoptierte Junge leben, dessen Geburtsdatum und Ort mit dem von Ginas Bruder übereinstimmt. Die mutmaßliche Adoptionsfamilie O'Brien war jedoch telefonisch nicht zu erreichen. Deshalb hofft Mariana natürlich sehr, vor Ort mehr zu erfahren. Die kleine Insel Dörsi liegt 230 Meter vom Festland entfernt und ist nur über eine kleine Seilbahn zu erreichen. Hallo, ich hätte gern ein Ticket für die Seilbahn. Kein Problem, das macht 10 Euro. Bitte schön. Vielen Dank. Wann ist denn die nächste Abfahrt? In circa 10 Minuten. 10 Minuten in der Kälte kann ich noch aushalten. Sie haben es ja schön warm da drin. Ja, sehr gemütlich. Gute Fahrt. Vielen Dank. Tschüss. Bye. Die Seilbahn hat eine Kapazität für 6 Menschen, 6 Schafe oder eine Kuh. Sie wurde in erster Linie für den Viehtransport gebaut. Oh Gott, ist das Ding sicher. Los geht's. Oje, oje. Oh mein Gott. Uah. Darf man hier aufstehen? Uah. Nur Wasser. Und Felsen. Das ist nix für Menschen mit Hörnangst. Die Fahrzeit zwischen Festland und der Insel dauert 10 Minuten. Hey, sind da. Hallo, fahren Sie diesen Bus? Ja. Ich müsste zu dieser Adresse. Können Sie mich hinbringen? Ich muss zu Neil und Alice O'Brien. Ja, klar. Ich habe diese Adresse. Kennen Sie die Familie? Die Adresse kenne ich. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Familie hier noch wohnt. Okay. Können Sie mich da hinfahren? Kein Problem. Perfekt. Vielen Dank. Kommen Sie. Okay. Chinas Bruder kam im Februar 2002 zur Welt. Laut Marianas Informationen wurde ein bulgarisches Kind 2002 vom Ehepaar Neil und Alice O'Brien adoptiert, die zur Zeit der Adoption auf Darcy Island gelebt haben. Das ist das Haus? Das ist es. Gut, dann schaue ich, ob jemand da ist. Oh, hallo Katze. Kennst du die Leute, die hier wohnen vielleicht? Kommst du mit, Katze? Also irgendwie sieht das Haus ein bisschen einsam aus. Der Eingang. Der Kuhschrank ist offen, leer und scheinbar ausgeschaltet. Ich kann echt nicht beurteilen, ob hier überhaupt noch jemand wohnt. Hier geht ins Wohnzimmer. Also ich sehe ja keinen Mensch hier. Hallo Katze. Weißt du, wo die Familie O'Brien ist? Naja, wenn die Katze mir das nicht sagt. Ich glaube, ich muss ein bisschen in der Gegend gucken und vielleicht Nachbarn fragen. Doch Nachbarn gibt es hier denkbar wenige. So, Auto steht. Darcy Island National School 1891. Also hier wohnen auf jeden Fall Leute. Guten Tag, entschuldigen Sie bitte die Störung. Wir sind vom deutschen Fernseher und möchten eine Familie zusammenführen. Auf dieser Insel soll eine Familie O'Brien holen. Die versuchen wir zu finden. Ich bin leider nicht von hier, bin nur Tourist. Ich kann Ihnen nicht helfen. Oh, verstehe. Verzeihen Sie bitte die Störung. Schönen Tag noch. Tschüss. Oh, da kommt gerade jemand. Entschuldigung. Hi there. Hallo. Hallo. Hi. Leben Sie hier auf der Insel? Ja. Sehr gut. Wir sind auf der Suche nach einer Familie O'Brien. Sie sollen auf dieser Insel leben. Kennen Sie die O'Briens? Ja, die O'Briens haben damals die Straße raufgewohnt. Neil und Alice O'Brien. Sie haben einen Sohn. Ja, sie haben Pferde gezüchtet. Ich glaube Rennpferde oder so. Sie wohnen aber nicht mehr hier? Nein, sie sind vor einigen Jahren weggezogen. Oh, I see. Wissen Sie zufällig, wo Sie hingezogen sind? Sie sind nach Cary gezogen. Okay. Die nette Frau kann sich gut an die O'Briens erinnern. Die Pferdezüchter zogen allerdings schon vor Jahren in die Grafschaft Cary, da ihre beruflichen Chancen hier doch recht beschränkt waren. Eine genauere Adresse kennt die Frau leider nicht. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Bye. Mariana bricht die Suche in Darcy Island ab und muss sich nun etwas anderes überlegen.